Willkommen zur nächsten Folge Clonora 2. In der letzten Folge waren wir im Müllgarten der Erinnerung, wie wir jetzt wissen. Und wir sind jetzt beim Pass der Entscheidung und gucken, dass wir an die Glocke kommen. Weswegen wir ja generell erstmal hier überhaupt her sind, hin sind. Was stimmt denn mit euch nicht? Das ist also die Glocke der Unentschlossenheit. Warum steht dieser verdorrte Baum hier am Weg? Entschuldige, dass ich so verdorrt bin. Gute Güte, Fremde sind selten in dieser Gegend. Es sieht so aus, als sucht ihr die Glocke der Unentschlossenheit. Eine fünfte Glocke ist auf dem Weg in die Welt. Wir brauchen das Element, um sie aufzuhalten. Aufhalten? Hier? Was ist daran so komisch? Warum möchtet ihr die Welt retten? Wie bitte? Warum macht ihr euch die Mühe, die Welt zu retten? Man braucht keinen Grund, die Welt zu retten. Ist das wirklich wahr? Das Mädchen scheinen anderer Meinung zu sein. Hör auf, Lolo zu beleidigen! Das war nicht meine Absicht. Wie auch immer, wenn ihr die Glocke wollt, müsstet ihr erst den Test bestehen. Oh-oh. Wo kommst denn du jetzt her? Besucher sind so selten. Seid meine Gäste. Oh-oh. Lolo! Ich. Du Dummchen. Ohne dich kann er seinen Ring nicht benutzen. Ach du Schreck. Was muss ich jetzt... Hä? Ach so, ich kann jetzt meinen Ring nicht benutzen. Verdammt nochmal. Okay, Full Speed. Ich hab keine Ahnung. Komm ich da durch? Ja, tu ich. Wow. Und dadurch... Dadurch... Es gibt ja noch mehr Speed. Oh Gott. Verdammt. Ah, dass ich das Viech rammen kann. Ich verstehe. Macht Sinn. Okay, einmal dadurch. Dann dadurch. Wow. Bäm! Ja, du brichst gleich, mein Freund. Und tausend Teile. Hopp. Und dadurch. Nein, verpasst. Verdammt. Okay, egal. Ohne, was mach ich denn? Das kann noch ein ganz kleines bisschen dauern hier, ne? So, komm her. Und dann. Bäm! Oh, 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 oh. Oh, oh. Was kommt da raus? Ach du, meine Güte. Willst du da einfach nur rumstehen? Also ich... ...bin nicht geeignet, die Welt zu retten. Wer interessiert das schon, Dummchen? Sieh ihn dir an. Ohne. Ohne. Er ist nicht von dieser Welt, aber er gibt alles. Was er hat, um für Lunatea zu kämpfen. Glaubst du, er gibt sich solche Mühe, weil er die Welt retten will? Nein. Weil er einfach... Weil er ein einfacher Narr ist, der es nicht besser weiß. Aber er kämpft weiter, weil das das Einzige ist, was er kann. Und du, Lulu, bist genauso ein Narr. Du könntest es wenigstens weiter versuchen. Da lacht sie. Auf geht's. Ich brauche keine Hilfe. Du hast mich einen Narr genannt. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Bist du böse? Vielleicht. Aber ich hab's verdient. Wird Lunua mir jemals vergeben? Ihm zu helfen wäre hier auf keinen Fall falsch. Stimmt genau. Lul, los geht's! Okay. Schlecht. Ich kann meinen... Auf jeden Fall meinen Stern wieder benutzen. Ähm... Komm schon. Das... Das... Durch und rüber. Ai, 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 ai. Oh, daneben. Verdammt. Kein Problem. Und... Oh. Oh. Zu schnell. Ich bin gestolpert. Verdammt. Das ist schwerer, als es aussieht. Verdammt. Viel schwerer. Oh. Team Hüft wieder nett. Das ist furchtbar. Ach, komm schon. Nervt nett, Mann. Und hopp. Und durch. Oh ja, ich hab das Ding nicht mal berührt, Mann. Angriff! Verdammt, ich hab den letzten verpasst. Ey, kommt nicht mehr. Okay. Das hätt so schön sein können. Aber okay. Aber so schwer ist es ja nicht. Und nur noch mal... Ach, komm schon. Hopp. Full Speed. Okay, das war der Trauer. Ja, das war blöd. Das gebe ich zu. Aber jetzt kriege ich es hin. Und hopp. Einmal. Zweimal. Oh Gott. Alter. Okay, wer will als erstes? Nein. Fuck. Okay, das war nicht so gut. Ich geh beim ersten Mal. Fahren wir noch gerade nochmal durch. Einmal. Zweimal. Ach, komm schon. Ja, weil das ist aber auch kacke. Und die Kurven fahren und gleichzeitig lenken. Ach, danke. Okay. Oh, nochmal von vorne. Okay. Einmal. Puh. Ach, komm. Ich krieg das hin. Das war fies gerade. Das war fies gerade. Und nochmal. Ah, nein. Schon erwischen. Okay, perfekt. Ja. Ja gut, der war jetzt wirklich nicht schwer. Ich dachte, da kommen wir jetzt nochmal in der Form. Damit hätte ich eher gerechnet. Ich muss schon sagen. Gut gemacht. Sehr gut. Deine Entschlossenheit ist beeindruckend. Und Ergebnisse sind das, was in dieser Welt zählt. Wir Miramirianer sind ein unentschlossenes Volk. Aber Zweifel ist ein Teil von uns allen. Wenn du die Zweifel akzeptierst und nach vorne schaust, wird alles an seinen rechten Platz rücken. Ah. Nimm das Element. Und vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Zack. Und jawohl. So, Daten werden gespeichert und Speichervorgang war erfolgreich. So, unser nächster Weg führt uns wieder dahin. Das war es in der nächsten Folge. Bleibt dran.